Wenn du Langschläfer, Morgenmuffel, Stubenrocker oder immer schlecht gelaunt bist, dann sind wir leider nichts für dich. Ne. Wenn du Bock hast, anzupacken, richtig was zu bewegen, dir das Fitnessstudio zu sparen, Teil eines geilen Teams zu sein, dann bist du hier genau richtig bei uns. Abwechslung, flache Hierarchien, kein Winterdienst, 30 Tage Urlaub, Weihnachten, Silvester, Brückentage immer frei. Bezahlte Weiterbildung. Und Freitag um eins fällt der Hammer. Meine Kollegen, die ganze Firma, einfach nur geil. Wenn Probleme sind, du kannst über alles sprechen, das ist das Wichtige. Dieses Beisammensein ist halt einfach was ganz Besonderes in dieser Firma. Wir haben pünktlich Feierabend, pünktlich Geld. Wenn es zeitlich mal eng wird, ist sogar die Arbeitszeit flexibel. Wenn du Erfahrung oder Interesse am Bau von privaten Außenanlagen hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Bewirb dich jetzt auf kollektivbau.de slash team.